Warum gibt es das? Warum gibt es nicht, dass sie intelligent sind, sonst wären sie hier nicht eingeladen worden zu sprechen. Gefordert ist vielmehr, unwillkürlich das Sprechen zu lassen, was immer als erstes in den Sinn kommt. Auf einem möglichst ursprünglichen Blödsinn kommt es an, denn das wahre Signifikante, das ist immer die Blödheit der Überengen und der Behaftigkeit. Man kann sagen, das Subjekt ist nicht der, der denkt, das Subjekt ist eigentlicherweise der, den wir anhalten, nicht, wie wir immer sagen, Blöden, Strecken, alles zu sagen. Was ist das Wichtigste? Standgeist. Man kann nicht alles sagen, so eine Blödheit zu sagen, darauf kommt es an. Das hier. Wo ist es? Wo ist es? Die alberne Wellen sind, die Cindy belegte zu Kreisschriften, Frau Ayo, und gab sich dann gleich selbst die Antwort, Zeng. Sir, I'm fine. Wenn Sie sich nun selbst die Frage stellen, wie geht es mir, wie lautet dann Ihre Antwort? Gut. Proimunion. Achso. Aber das kann ich nicht. Nur die Texte. Wenn Sie etwas dazu sagen haben, können Sie es nicht. Freiheits-Ihrer. Stellen Sie sich vor, ein Moderator stellt Ihnen die Fragen, die Sie in folgendem Ausgaben müssen. Wie würden Sie darauf antworten? Wie darauf reagieren? Stellen Sie sich vor, Sie sind wüsstend, als Schiffbrüche auf einer Insel für Robots im Fuß lehnen. Welche drei nicht im Allgemeinen überlebend dienenden Gegenstände, wenn Sie auch nichts mitgenommen haben, bevor Sie sagen, ist es mir selber, Musik und Alkohol. Zeigst du mich als Gegenstand? Ja. Aber es geht nicht, ne? Drei. Musik? Alkohol. Marominia-Schal. Marominia-Schal. Marominia. Was sind Ihre Lieblingsfarben? Blau. Ihr Lieblingsessen? Mude. Ihre Lieblingsmusik? Musiken? Twins. Ihre Lieblingskünste? Twins. Kennst du das? Es lauset nicht aus Hip-Hop und Tekken. Ihre Lieblingskünste? Habit mir. Ihre Lieblingsschuhe? Sportschuhe. Was sind für Sie die Liebsten? Freizeitbeschäftigung? Fußball? Gedankenbeschäftigung? Weiß ich nicht. Wichtigste Themen? Weiß ich nicht. Wir nehmen HIM. Wir probieren. tenth der public ist zwei MalzЛ. Überraschnung. Billingskünste Hälfte. Oder wir wollen die Lieblingskünste n ... Kosten für FelsiplOS? dos Huston vrai. Meine Lieblingskünste Häusin istllan – those Marken �ählen. engl pareil?